Der Detlefs Esprit i7150db ist ein integriertes Wohnmobil, das durch seine Geräumigkeit und hochwertige Ausstattung besticht. Mit einer Länge von 7,81 m bietet es komfortable Schlafmöglichkeiten für bis zu 5 Personen, darunter ein Queensbett und ein Hubbett. Eine Halbdinette, ein Raumbad und eine Küche mit großem Kühlschrank sorgen für Wohnkomfort. Der Doppelboden und der holzfreie Aufbau garantieren Langlebigkeit und Winterfestigkeit. Basierend auf einem Fiat Ducato mit 180 PS bietet dieses Modell eine hervorragende Fahrdynamik.